Ein neues Lightroom ist da. Keine neue Vollversion, sondern ein sogenanntes Dot Release, mittlerweile die zweite Version für Lightroom 6 bzw. Lightroom CC 2015. Beide Versionen haben jetzt ein Punkt 2 hinter dem Namen und auf dem ersten Blick hat sich außer dem neuen Startscreen ja erstmal nicht so viel verändert. Es gibt in diesem Update aber eine entscheidende Änderung, die ich Ihnen heute in dieser Folge der Photoshop-Profis vom Rheinwerk Verlag vorstellen möchte. Mein Name ist Maike Jasitz und in meinen mittlerweile zwei großen Trainings zu Lightroom habe ich Ihnen alle Funktionen und Werkzeuge von Lightroom umfangreich vorgestellt und verschiedenste Foto-Workflows gezeigt. Wenn dann so ein Dot Release vom Himmel fällt, dann eugt man natürlich als Autor und Trainer erstmal darauf, ob es irgendwelche entscheidenden Änderungen gibt, die den Workflow eventuell auch ändern könnten. Und in diesem Dot Release gibt es tatsächlich eine entscheidende Änderung und die findet sich ganz am Anfang, nämlich dann, wenn Sie Fotos importieren wollen. Ich mache das mal, ich klicke auf Importieren und alle bisherigen Anwender von Lightroom sind jetzt wahrscheinlich etwas erschrocken, weil sie ein klassisches Lightroom-Layout erwartet haben. Links die Importquelle, rechts das Importziel, in der Mitte die Vorschau der Bilder. Aber wir haben etwas ganz anderes. Wir haben hier einen Startscreen für den Import, der den Import vor allem einsteigern erleichtern soll. Damit dies den gestandenen Lightroom-Anwender nicht auf der anderen Seite irritiert, möchte ich Sie in diesem Film mit dem neuen Import-Dialog vertraut machen. Bleiben wir erstmal auf dieser Startseite. Eigentlich ist oben schon alles gesagt. Wählen Sie eine Quelle, um fortzufahren. Und Quellen gibt es hier viele. Ich fange mal ganz unten an. Es gibt verschiedene Medien. Es gibt einerseits natürlich eine Karte von einem Kartenleser. Sie sehen, das ist weiß, geheiltet. Ich habe also eine Karte bzw. einen Kartenleser eingelegt. Ich habe Zugriff auf mehrere Laufwerke, also kann ich auch von anderen Laufwerken Bilder importieren. Oder ich könnte, wenn ich die Kamera direkt angeschlossen hätte, direkt von der Kamera importieren. Ein vierter Knopf fehlt hier. Das liegt daran, dass ich auf diesem Aufnahmerechner kein Photoshop Elements installiert habe. Hätte ich es installiert, hätte ich hier noch einen weiteren Knopf für den direkten Import von Elements-Katalogen. So, und hier oben im oberen Bereich habe ich meine zuletzt benutzten Quellen oder üblichen Quellen. Ich habe außerdem die Möglichkeit, auf ganz konventionellem Weg einfach über diesen großen Knopf zu sagen, ich möchte meinen Computer durchsuchen und genau zu meinen Bildordnern navigieren. Diese Quellen hier addieren sich mit der Zeit. Umso mehr Ordner ich hatte, aus denen ich bereits importiert habe, umso mehr Ordner werden mir angezeigt. Sie sehen, dass sich hier durchaus Quellen wiederholen. Meine zwei Karten, die ich im Kartenleser eingelegt habe, werden mir hier auch oben wieder angezeigt. Wenn es bestimmte Quellen-Bildordner gibt, die Sie beispielsweise auf dem Rechner haben und dort immer Ihre neuen Bilder reinkopieren und diese auch immer als Importquelle benutzen wollen, dann können Sie bestimmte Quellen auch als Favoriten anlegen. Sie machen das über diese drei Pünktchen hier oben einmal raufgeklickt und Sie können sagen, dass Sie die Quelle als Favorit markieren. Ich mache das einfach mal, obwohl das ist jetzt eine etwas sinnlose Quelle. Machen wir das mal mit dem übergeordneten Ordner Bilder und ich sage hier, dass die Quelle als Favorit markiert werden soll. Das hat zur Folge, dass einerseits beim nächsten Importieren es ganz vorne angezeigt wird und es andererseits im folgenden erweiterten Importfenster auch noch in der Favoritenleiste abzurufen ist. Sie sehen außerdem unter diesen drei Punkten, dass Sie auch ganz schnell importieren können, also einfach sagen können, ja, von dieser Quelle möchte ich einfach alle Bilder haben oder dass diese Quelle ignoriert werden soll, also einfach hier in der Leiste nicht mehr auftauchen soll. Gut, ich möchte jetzt von der Karte importieren. Ich kann entweder, wie gesagt, auf dieses Symbol Karte klicken. Da habe ich beide Karten, die gerade eingelegt sind. Die habe ich hier oben auch nochmal. Wohin ich klicke, um die Bilder zu importieren beziehungsweise den Import zu starten, ist egal. Es wird mir nur doppelt aufgeführt. Ich mache es jetzt mal hier rüber und komme dann in einen, ja, einigermaßen bekannten Importdialog. Auch hier wieder für Einsteiger sieht das sehr einfach, sehr übersichtlich aus. Für bereits erfahrene Anwender, die werden sofort auf die Suche gehen und sagen, mir fehlt hier irgendwas. Deshalb erst mal die beiden wichtigsten Knöpfe. Wie mache ich es denn, dass alles wieder so aussieht, wie ich es kenne? Nach wie vor ist das Layout in diesem Importfenster das gleiche. Links ist die Importquelle. Sie sehen das hier. Das ist meine Karte. Wenn ich einmal darauf klicke, habe ich hier links wieder eine Spalte, so wie ich sie aus dem bisherigen Importdialog kenne. Genauso auf der rechten Seite. Das Zahnrad kennen Sie vielleicht von manchen anderen Anwendungen. Dort sind meistens erweiterte Einstellungen. So ist es auch hier. Hier sind es aber keine erweiterten, überflüssigen Einstellungen, sondern sehr, sehr wichtige Einstellungen für den Import. Und deshalb sollten Sie diese Spalte immer offen lassen. Es ist auch so, wenn Sie sich den Importdialog einmal so eingestellt haben, dass er beim nächsten Mal auch so geöffnet erscheinen wird. Und jetzt finde ich eine Situation vor, die der vorherigen Importeinstellung doch sehr nahe kommt. Ich habe auf der linken Seite meine Quellen. Das sind meine verschiedenen Geräte und Laufwerke. Wenn ich auf den Arbeitsplatz klicke, habe ich alle verfügbaren Laufwerke. Ich kann über Computerdurchsuchen wieder direkt auf meinen Rechner gehen und dort in der Dateistruktur suchen. Oder ich finde hier auch meine Favoriten wieder. Gehen wir da mal kurz rein. Dieser Bildordner hat Unterordner. Und diese Unterordner kann ich dann entweder über meine entsprechende Dateistruktur hier links unten oder aber auch hier oben über das kleine Pop-up-Menü bestimmen. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, dass ich hier keine Unterordner sehen möchte und dann nur den Ordner Bildmaterial sehen möchte. Ich kann auch mehrere Ordner anwählen. Ich muss sie einfach nur nacheinander anklicken. Gut, aber das sind bekannte Bilder. Gehen wir mal auf meine ursprüngliche Quelle. Und hier kann ich natürlich jetzt nach wie vor auswählen, welche dieser Bilder ich importieren möchte. Relativ bekannt ist dieses hier, alle auswählen. Früher konnte ich alle markieren oder alle nicht markieren. Jetzt habe ich nur ein Häkchen dafür. Ganz interessant ist die Änderung, dass jetzt in dem Moment, wenn die Bilder noch nicht ausgewählt sind, sie gehighlighted sind. Die Idee dahinter ist sicherlich, dass die Bilder, bei denen ich noch entscheiden muss, ob sie importiert werden oder nicht, dass diese sehr klar erkennbar sein sollen. Und die, die ich sowieso schon entschieden habe, dass sie in den Import mit aufgenommen werden sollen, diese werden dann einfach weggedimmt. Meiner persönlichen Intuition entspricht das ehrlich gesagt nicht. Aber es ist so. Und wenn man weiß, wie es gemeint ist, kann man auch damit umgehen. Ja, was kann ich noch machen? Das Übliche. Sie sehen hier unten ihre bekannten Icons. Ich kann natürlich jederzeit von der Rasteransicht auf die Vollbildansicht umschwenken. Auch dort habe ich meine Haken, kann bestimmen, welches Bild halt in den Import mit aufgenommen werden soll und welches nicht. Ich habe auch hier die Möglichkeit zu sagen, bitte zeige mir alle Fotos. Das ist natürlich in der Rasteransicht besonders sinnvoll. Oder nur die neuen Fotos, sprich die Fotos, die noch nicht im Katalog aufgenommen wurden. In meinem Fall sind das Bilder einer neuen Karte. Deswegen ist hier kein Unterschied. Ein entscheidender Hinweis, den ich eigentlich bisher immer gegeben habe beim bisherigen Import-Dialog, war der auf die obere Zeile, die nämlich jetzt nicht mehr da ist, die, wo ich bestimmen konnte, ob ich ein Bild kopiere oder hinzufüge. Ob ich ein Bild von der Kamerakarte kopiere oder ob ich ein Bild von der Festplatte hinzufügen möchte. Das ist auch jetzt noch möglich, aber allerdings auf der rechten Seite unter diesem Bereich Ziel Datei-Handhabung. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie dieses kleine Zahnrad hier ausklappen. Es ist so eingestellt, dass Bilder von der Festplatte automatisch hinzugefügt werden. Ich könnte jetzt hier theoretisch auf Kopieren wechseln. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, die dritte Option Verschieben, ist in diesem Dot-Release nicht mehr vorhanden. Wahrscheinlich werden das auch die wenigsten benutzt haben. Die, die es benutzt haben, werden es wahrscheinlich schmerzlich vermissen. Ich würde mal sagen, es werden noch Wetten angenommen, in welchem Dot-Release das wieder auftaucht. Schauen wir einfach mal. Dateiorganisation, sprich das Verschieben von Festplatte zu einer anderen Festplatte, ist durchaus noch möglich über die Bibliothek. Deshalb ist es nicht ganz so schmerzhaft, dass es jetzt hier auf den ersten Blick nicht erscheint. Wichtig ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen Hinzufügen und Kopieren. Und wie gesagt, Bilder von der Festplatte werden automatisch hinzugefügt. Ich hätte aber die Option, sie zu kopieren. Bilder von der Karte werden immer, so war es früher auch schon, kopiert. So kann niemals der Fehler passieren, dass ich die Bilder aus Versehen auf der Karte über den Befehl hinzufügen belasse. Ja, wenn ich die Bilder kopiere, dann muss ich natürlich ein Ziel auswählen. Das mache ich über eine bekannte Auswählen-Fläche. Ich mache das einfach mal in meinen Bilderordner und kann dort einen neuen Ordner erstellen. Ich mache es mal so, dass ich hier einen neuen Ordner erstelle für 2015. Das ist eine Möglichkeit. Ups, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Sie sehen es, ich importiere gerade einen neuen Ordner, aber das kann ich ja durchaus noch ändern. So, da ist 2015, denn den wollte ich importieren. Gut, das wäre eine Möglichkeit, einen neuen Ordner anzulegen. Ein anderer wäre, einen Unterordner zu erstellen. Das mache ich jetzt mal. Das war in Heiligendamm, diese Aufnahmen. Und so wird der Unterordner heißen. Ab jetzt kommen viele Befehle, die Sie eigentlich aus dem Import-Menü kennen. Ich möchte sie trotzdem einzeln nochmal aufhören, damit Sie sehen, wo Sie was wiederfinden können. Anstatt nur in einem Ordner zu ordnen, könnte ich auch zusätzlich die Bilder nochmal nach Datum sortieren und dafür das Datumsformat angeben. Mache ich in diesem Fall nicht, sondern mache es nur in einem Ordner. Was ich, ehrlich gesagt, schmerzlich vermisse, nicht für mich persönlich, sondern in Schulungen ist, dass mir hier unten eine Dateistruktur angezeigt wird, die mir genau schon zeigt, welcher Ordner das ist, wohin ich rein speichere. Das ist etwas, diese Art und Weise, wie man es aus anderen Programmen kennt. Also auch nicht der große Verlust, aber hier finde ich, hier hat man aus Gründen der Konsistenz, der Optik, ein bisschen auf etwas sehr Hilfreiches verzichtet. Nach wie vor habe ich die Möglichkeit, die Bilder beim Import schon einer Sammlung hinzuzufügen oder auch eine neue Sammlung anzulegen. So, was gibt es noch Entscheidendes beim Import? Ich mache mir den Bereich Ziel mal zu. Hier habe ich alles definiert. Natürlich Stichwörter und Metadaten. Ich kann nach wie vor ganz normal hier Stichwörter eingeben. Nach wie vor mache ich das durch Komma getrennt. Ich gebe jetzt erstmal nicht viel mehr ein. Ganz interessant und ganz hilfreich finde ich diesen kleinen Knopf hier, Copyright-Informationen hinzufügen. Da sagen Sie vielleicht, wieso, das konnte ich doch vorher auch schon, nämlich durch die Metadatenvorgaben. Das hieß aber, dass ich mir vorher eine Metadatenvorgabe erstellen muss. Jetzt kann ich auch einfach mal ganz spontan ein Copyright eingeben und hier kommt das, was viele Leseanfragen erübrigt, nämlich, liebe Frau Jasitz, wie mache ich eigentlich das Copyright-Zeichen auf dem PC? Gar nicht mehr, weil in dem Moment, wenn Sie in dieses Feld klicken, ist es automatisch da. Allein dafür lohnt es sich, dieses Update runterzuladen. So. Gut, und was haben wir noch im unteren Bereich? Im unteren Bereich ist etwas zusammengefasst, was hier unter Advanced, also fortgeschrittenen Einstellungen zusammengefasst ist. Und hier wurde im Prinzip wahrscheinlich all das rausgenommen, was ja in die Kategorie fiel. Vielleicht verwirrt es den Benutzer am Anfang nur, das soll er erst mal später entdecken. So erscheint es mir auf jeden Fall. Was haben wir hier im fortgeschrittenen Feld? Wir haben einerseits die Möglichkeit, mit Importvorgaben zu arbeiten, also sprich sämtliche Importeinstellungen, alles, was Sie hier eingestellt haben, als eine feste Vorgabe zu speichern. Das macht man, wie gesagt, wirklich selten. Deshalb hat es in der fortgeschrittenen Sektion durchaus seine Berechtigung. Die Entwicklungseinstellungen kann ich hier einem Import zuweisen. Auch das konnte ich früher schon. Jetzt ist es in die fortgeschrittenen Sektionen gerutscht. Und die Frage, welche Vorschauen ich einbetten möchte. Ich benutze hier meistens die Standardvorschauen, die ja auch in den Voreinstellungen von Lightroom in der Größe noch modifiziert werden können. Beim Import von externen Festplatten ist natürlich die Option Smart-Vorschauen erstellen immer ganz hilfreich, weil ich dann die Bilder auch entwickeln kann, wenn die externe Festplatte nicht angeschlossen ist. Und ein ganz entscheidender Punkt, der sich sonst sehr präsent hier in der Titelleiste befunden hat, ist die Option, in DNG zu konvertieren. In dem Moment, wenn Sie Ihre Bilder also nicht im Original-RAW-Format speichern wollen, sondern gleich als digitales Negativ, können Sie das hier aktivieren. Ebenso können Sie, meinetwegen auch zusätzlich, eine zweite Kopie dann des Originals an einem bestimmten Ort speichern. Das ist eine schlichte Backup-Lösung, die man natürlich auch anders lösen kann. So, und eine weitere, in Anführungsstrichen, fortgeschrittene Option ist die Möglichkeit, die Dateien umzubenennen. Das ist im Prinzip geblieben, so wie es ist. Auch hier habe ich die Möglichkeit, aus verschiedenen Bausteinen mir das Muster der Datei-Umbenennung zusammenzubauen. Ich sage zum Beispiel mal, dass ich einen benutzerdefinierten Text hinzufügen möchte, dann einen Unterstrich haben möchte, und dann möchte ich gerne von dem Bildnamen den Suffix, also das, was als Bilddateinummer sowieso vorhanden war, das möchte ich hinten noch dran geheftet haben. So, das erstelle ich. Dann könnte ich einen benutzerdefinierten Namen hier eingeben und schon wäre vorgegeben, wie diese ganzen Bilder heißen. Eine Neuigkeit hierbei ist, dass ich dann noch bestimmen kann, und das ist sicherlich in erster Linie für den Windows-Anwender gedacht, ob ich die Dateierweiterung in den kleinen oder Großbuchstaben behalten möchte. Das ist ein Durchlauf durch die Einstellungen. Ich denke, jeder von Ihnen, der bereits Lightroom-Anwender ist und das erst mal ein bisschen gestockt hat, als er diesen Import-Dialog gesehen hat, fühlt sich jetzt wieder wie zu Hause, weil das sind all die Einstellungen, die wir kennen und die wir in einer ähnlichen Form anwenden können. Man muss sich bloß ein bisschen über diese neue Architektur im Klaren sein. Dieses Knöpfchen ist wichtig, weil hinter diesem Knöpfchen, dem Zahnrad, sich alle wichtigen Einstellungen verbergen und die Optik hat sich ein bisschen geändert. Ich sage jetzt mal, wählen wir mal alle Bilder aus, dann sind die alle mit einem großen fetten Haken versehen und sind entsprechend abgedimmt. Ja, und so können Sie Ihre Fotos, so wie Sie es kennen, einfach in Ihren Katalog importieren. Nach dem Import haben wir unseren Katalog mit neuen Bildern gefüttert. Hier sind alle möglichen Bilder, sehr klare Bilder, aber auch ein paar dunstige Bilder dabei. Und anhand dieser dunstigen Bilder werde ich Ihnen in der nächsten Folge der Photoshop-Profis die Dunstentfernen-Funktion vorstellen, die jetzt mit Lightroom 6.2 auch lokal anwendbar ist.